Sativa und Indica sind die beiden Hauptarten von Cannabis, die unterschiedliche Wirkungen und Vorteile bieten. Sativa wirkt energetisierend und zerebral, wodurch sie sich ideal für den Tag, kreative Tätigkeiten und soziale Anlässe eignet. Medizinisch kann Sativa bei Depressionen, Müdigkeit und ADHS hilfreich sein. Die Pflanzen sind typischerweise größer mit dünnen, langen Blättern. Indica hingegen hat eine entspannende und körperlich beruhigende Wirkung. Sie ist perfekt für den Abend, zur Entspannung und bei Schlafproblemen. Medizinisch wird Indica oft bei Schmerzen, Schlaflosigkeit und Angstzuständen eingesetzt. Diese Pflanzen sind kompakter und haben breite, kurze Blätter. Egal ob Sativa oder Indica, es ist wichtig, die richtige Sorte für deine speziellen Bedürfnisse und Vorlieben auszuwählen. Viel Erfolg beim Entdecken und Genießen! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020